Auch Hettich ist in 2014 in der neuen IF Design Exhibition in Hamburgs HafenCity wieder vertreten. Das Architect Schubkastensystem bekam bereits im Jahr seiner Markteinführung den IF Product Design Award 2012. Nun wurden auch zusätzliche Funktionen aus diesem Produktsortiment ausgezeichnet. Push-to Open Silent funktioniert wie ein elektromechanisches System, benötigt aber keinen Stromanschluss. Es öffnet Schubkästen durch Druck auf die Blende so weit, dass ein weiteres Aufziehen nicht notwendig ist und lässt sie sanft gedämpft schließen. Ausfahrkraft, Auslösesensitivität und Blendenspalt sind einstellbar. Das System wird unsichtbar unter dem Schubkasten angebracht. Somit werden puristisch gestaltete Möbel und Küchen ergonomisch nutzbar. Außerdem kann Push-to Open Silent jederzeit später nachgerüstet werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017